Neuer Tag, neues Glück und ich bin wieder am Arbeiten. Ich bin so fett und groß, dass ich mich mit einer Hand auf jeden Fall abstützen muss. Das heißt, ich habe nur eine Hand, um mich zieg reinzustecken. Stell dir vor, du willst Tanzlehrer werden. Und dann auf einmal siehst du dich wieder, wie du meinen Fernseher mit Sticks rumhantierst. Ja, mit Traumtänzer-Logo. Ja, nicht schlecht. Mirro, guck mal, wir brauchen die Fernbedienung. Mike, geht's dir gut? Wie haben wir jetzt die Fernbedienung? Siehst du nicht, dass ich hier dran bin? Nein, sie müssen. Okay. Ah, da ist es so. Rein, raus, rein, raus. Die ganze Zeit. Ich kann es nicht leiden, wenn ein Kollege bei einem Arbeiten im Weg steht. Das interessiert mich nicht. Der Fernseher wird eh angehen jetzt, weil der Rahm macht den immer an, den Fernseher, wenn man ihn sucht. Er will gar nicht, das ist mein Fernseher. Kommt gar nicht hinterher, ich kann arbeiten. Ich bin Nils, Rahm. Hallo. Guck mal, Problem gelöst. Ich bin immer noch nicht fertig mit meinem Arbeiten. Das geht sehr gut. Sieht man eigentlich nicht, dass ich die Langzeit am Arbeiten bin. Da sage ich nur, Rente muss früher kommen. Heute gucke ich mal zu. Ist das schlimm, wenn man deinen Bauch auf dem Video sieht? Ich habe das jetzt keine Meinung. Ich wusste gar nicht, dass Felix so durchprämiert ist. Silvi, meine Rettung ist weg. Ich muss Felix retten.